Musik Wir sind aus der Republik Moldau und besuchen einen Campingplatz am Breitenauer See. Musik Kommt mit, wir kaufen für unser Frühstück ein. Das ist Mango-Marmelade, lecker. Die Brötchen hier sind ganz was Besonderes. Die mag ich toll. Ich auch. Vor allem mit Marmelade. Ich liebe diese herrliche, saubere Luft hier. Das ist schon komisch. Die Leute hier bringen extra Satellitenschüsseln mit, um Fernsehsehen. Wir machen Camping, um der Natur ein wenig näher zu kommen und mal nicht fern zu sehen. Aber die Leute hier wollen nicht darauf verzichten. Lustig. Musik Eine Sicherheitsschleuse. Funktioniert gut. Jetzt müssen wir leise sein. Hier ruht sich eine Familie aus. Wir sollten besser außen herum gehen. Es ist so schön, an diesem klaren und sauberen See zu sitzen, sich hier umzuschauen. Die Natur zu spüren. Leider ist es zu kalt für ein Bad, aber vielleicht klappt es ja das nächste Mal. Danke schön, Deutsche Welle, für die gemeinsame Zeit am Breitenauer See. Bis bald mal in der Republik Moldau. Tschüss. Tschüss. Musik Wenn auch Sie einmal nach Deutschland kommen, sagen Sie uns Bescheid. Wir begleiten Sie und freuen uns auf Ihren Erlebnisbericht über Ihr Reiseziel. Als Erinnerung schenken wir Ihnen eine DVD mit Ihrer ganz persönlichen Reisereportage. Bewerben Sie sich per Mail bei hinundweg at dw-world.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020